Kann ich hier rein? So, im gleichen Raum, im gleichen Raum, geradeaus durch. Ja, da kannst du rein, keine Frost, geh rein, geh rein. Wer ist? Kannst du nicht rein? Check, 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 check. Oh! Nice, der Gott, nice. Ey, wie dumm ist die denn? Oh, Gott. I don't care. Ach, kein M. Soll ich mal reinwerfen und wir stürmen? Ist doch nicht da ruhig gewesen. Oh, 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 der hat mich hier. Wir können sie eventuell... Brauchst du Frost, hab sie? Eventuell ist sie ein bisschen auf mich fokussiert. Hier ist auch noch Frost. Ich bin drin. Wo ist denn Frost für dich? Ja, jetzt ist sie wieder woanders. Ist doch noch. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Hier ist noch Verlust. Ist doch. Ich bin drin. Ich bin drin. Und Winch ist bei mir. Ach, diesen Gang, fuck, ich war draußen, der war genau hinter mir. Schnell, 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 zieh raus. 38 Sekunden, wirklich hat's mir das ausprobiert. Fuck! Ja, lass mich. Wir müssen noch zwei Seiten. Ich geh woanders lang, wenn er mich hier wohnt. Ich kenn ihn überhaupt nicht. Scheiß drauf, geh noch. Kann man fast fallen? Karriere ist da drin. Der Maid beißt jetzt, der Maid beißt jetzt. Oh, komm, komm, komm. Nein. Spielredaktion. Es funktioniert, es funktioniert. Es funktioniert. Yes, Digga. Und wie wir auch noch sagen so, Digga, soll ich breachen? Ja, stimmt. Das ist ja wohl unmöglich, ey, das geht ja nicht. Ich hör das Obergeschoss hier wunderbar im Visier. Aha, Ben, dann muss ich noch warten, was? Oh! Da unten. Okay, oben ist Ela auf dem Gang. Oben auf dem Gang. Können wir rein in den Planten, ne? Ja, ich beschäftige sie gerade ganz gut. Hallo, Nomad. Was? Das ist nichts. Denk an Ela oben. Ja. Slowbett kriegt schon wieder nichts geschissen, unser Ran. Denn wir sollen mit denen wirklich Klang verblocken. Ja, Ela ist immer nach oben. Es ist noch zu da, du bist in einer falschen, falschen, falschen Position. Geh mal eben in die Kernen rein. Es ist wunderbar laufen, Digga. Was? Waren zumindest gerade eben. Fuck. Du bist der letzte, ne? Ja, du bist auch noch falschen Zöger jetzt. Digga. Hm, Ela ist auch nicht weg, ne? Was kann er? Guck, guck was kann er. 36 Sekunden. Du hast den 4.000 Drohnen, ne? Ja. Hm, hm. Okay. Wie das kann er? Scheint beide in dem Raum zu sein. Kann ich hier rein? Ist auch ein bisschen im gleichen Raum. Ist im gleichen Raum. Ist im gleichen Raum. Rein ausrutsch. Ja, da kannst du rein. Keine Frost. Keine Frost. Geh rein, rein. Da ist. Da hast du nicht mehr. Da hast du gesteckt. Seidquad. Oh. Oh. Nice, Digga. Nice. Geh hier. Geh hier. Ja, komm 54. Oh mein. Warte, ich mach hier auf und schieß durch. Ich bin ein bisschen unsafe dann, ne? Wenn du da aufmachst, können wir mich holen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oder wir lassen das, wir lassen das. Ich will nämlich den einen holen kurz. Ja, mach das. Ich warte hier. Schön, schön, schön. Ich bin mit dem holen tot. Das ist so simpel. Ja. Oben ist auf jeden Fall noch einer. Ja, oben. Okay, pass auf, pass auf hier oben. Ich kann den nur schwer... Oh, okay. Hier, hier auch. Guck auf. Ist auch ein Spass oder wo ist die? Oh, oben ist einer. Warte, ich kann's grad... Warte, ich käme, ich käme. Ja, ja, käme mal kurz. Bleib kurz hier. Kannst hier auch mal drauf gucken. Geh ein paar mal kurz hoch am besten. Okay, also in-Room auf jeden Fall jemand. Frost war in-Room. Frost ist ein super aufpassen. Okay, wo ist Frost in-Room? Hier oder unter? Die stand da am... Also oben ist irgendwie clean grade. Ja, ja, gut. Dann kommen wir kurz wo die an. Frost Matte und hier hinter. Direkt hinter den beiden. Ja, okay. Und da passt auch die Frost Matte auf. Ja, ja. Die haben Penta schon weg gemacht. Aber eine schon mal weg. Ich hab geflasht. Ich geh rein. Mhm. Von oben wird noch jemand kommen. Schön. Andert wieder da. Ja. Ich sehe ein bisschen von hinten. Wir werden gedauerspottet grade. Nice. Von hinten. Von rechts von rechts. Direkt nach vorne. Hab ihn. Egal, nein. Oh, Junge. Schönes Ding. Drei Mal Anruf. Wer. Irgendwer. Band. Montagnes. Fahr zu reden nach Hause. Kauf ein Schild. Und schieb den das. So. In. Sein. Soll ich mal reinschießen? Dass wir stürmen? Lass sie mal. Tü-tü-tü-tü. Ne, 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 noch mal nicht. Gucken gerade noch ein paar. Die links ist halt. Fliegen. Alles klar. Tschü-tü-tü. Das Headshot. Ach, er läuft nicht rein. Ja, das ist halt. So bin ich auch gerade gestorben. Ach, ich raste raus. Jetzt hab ich auch so ne Warnung, Digga. Ich komm mal wieder rein. Ja, pass auf. Da hinten war noch die Warnung. On-Spot und da hinten war er dann. Wild chill. Hier, Caveira. Ja. Ich save links. Hab sie. Schön, schön, schön. Noch jemand? Noch einer? Ist links reingegangen, ne? Ralf, unser Mate. Ja, mach das, mach das. Nice. Ist er On-Spot wieder? Ja, ich glaub es ist er On-Spot. Ja, da hinten. Da hinten, da hinten. Ich seh'n Schatten. Vigil ist das. Da hinten, da hinten. Ja, schön. Zau'n die ganze Flasht. Nice. Tschüss.